Mein Name ist Raphael Schön, ich bin 43 Jahre alt, ich bin Unternehmensberater, Trainer und Dozent und seit 15 Jahren im internationalen Vertrieb tätig. Ich sehe mich selbst als sehr zielstrebig, effizient und als Netzwerker, der verschiedene Bereiche zu einem großen Gesamtbild verknüpft. Für mich war immer am Geschäftsleben der internationale Anteil sehr wichtig und entscheidend. Von daher war es für mich wesentlich, auch andere Perspektiven, weltweite Perspektiven kennenzulernen. Worum es in den Zertifikatslehrgang geht, das ist Wissen jenseits von Business-Klinik, das heißt, wo es relevant wird für Firmen, wo Hard Facts daran hängen, das heißt, wo bares Geld davon abhängt. Ziel ist es, dass die Teilnehmer in jedem Modul einen deutlichen Leistungssprung aufweisen, der sie dazu befähigt, in einem internationalen Rahmen erfolgreich zu agieren, das eben sie selbst und das Unternehmen voranbringt. Der Lehrgang ist sinnvoll für alle, die im internationalen Bereich Berührungspunkte haben. Das können Business-Developer sein, das können Vertriebsmitarbeiter sein mit internationaler Ausrichtung, das können aber auch Geschäftsführer sein oder generell Führungskräfte mit internationalen Führungsaufgaben. Die Voraussetzung für das Zertifikat ist die regelmäßige Teilnahme in sechs Modulen plus die bestandene Abschlussprüfung, nach der Sie dann das Zertifikat zum International Business Manager IHK in Händen halten. Wenn Sie sich für den Zertifikatslehrgang International Business Manager IHK interessieren, setzen Sie sich in Verbindung mit der IHK Köln. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in unserem Lehrgang wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.